Ja, mein Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, fallende Typen. Ja, Leute, ich habe in der Zwischenzeit zwischen den letzten Aufnahmen tatsächlich mal einen Win geholt und dadurch habe ich neue Games irgendwie scheinbar freigeschaltet, weil ich habe auf einmal ganz neue Games. Vielleicht kommen ja auch dieses Mal wieder ganz neue. Und ich dachte mal, es wäre ganz lustig, wenn ich das aufnehme, weil ich ziemlich am Verzweifeln bin. Aber seht selbst. Bahnenkampf, das habe ich tatsächlich schon gespielt, habe ich tatsächlich auch geschafft. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Gut, los geht's. Hui. Au. Hallo. Hallo. Au. Noch mal auf die Aua. Au. Dann trifft ich die ganze Zeit rein auf die Schnauze. Wann bin ich jetzt zu langsam? Okay, das Game ist tatsächlich das Einzige von den Neuen, was ich wirklich auch einfach finde. Qualifiziert. Der ist noch am Anfang, glaube ich. Er hüpft erstmal runter. Fruchtsumme, zähle die Früchte, vermeide den ansteigenden Schleim, zeige die Bildschirme die Anzahl, zeigen die Bildschirme die Anzahl. Was? Ich verstehe es absolut nicht. Das habe ich noch nie gespielt. Ich verstehe es absolut nicht. Zähle die Früchte, wenn auf dem Bildschirm eine... Äh. Oh. 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 Hä? Hä? Wie soll ich da hochkommen? Was ist das für eine Sch***? Raus da. Ja, der freut sich auch noch. Kriegt hier noch Akkursionen. In der zweiten Runde, Alter, sind mir auch noch nie passiert. Ich sage ja, die neuen Games, die sind echt... Die sind echt... Nächste Runde. Nächstes Glück. Hoffentlich. Schon wieder? Schon wieder das erste Game. Na gut, das wird easy. Go. Uhuhu. Au. Bin ich erster? Ich will erster sein. Ich bin erster. Ha. Sehr gut. So muss das laufen. Jetzt bloß nicht in der zweiten Runde wieder ausscheiden. Ah, Rollfeld. In der abgewandelten Version vom Finale, da habe ich tatsächlich gewonnen. So, 15 Leute müssen rausfliegen. Der erste ist schon mal weg. Äh. Hallo. Das schneiden wir jetzt sowas von raus. Ah. Ich dreh so am Rad hier. Was ist das für eine Sch***? Oh, schuldende Höhen. Das kenne ich ja Gott sei Dank schon sehr lange. Hm. Rein da. Na, perfekt. Digga. Alter, ich raste hier gleich so aus. Jetzt lasst mich in dieses Ver****n ziehen. Ey. Nicht das schon wieder. Da bin ich doch vorhin rausgeflogen. Okay. Diesmal muss ich auf jeden Fall direkt die Stufen hochgehen. So habe ich das jetzt verstanden. Man muss direkt die Stufen hochgehen. Ich weiß nicht, wie man da die andere Stufe jetzt hochkommt, aber man muss irgendwie dem Schleim entkommen. Zähle ich die Früchte, wenn auf dem Bildschirm eine Anzahl erscheint, stelle ich auf das Feld auf eine Früchte. Ich blick da ernsthaft. Also, das ist nicht mal gestellt oder so. So, wir haben zwei Kokosnüsse und eine Birne. Achter, auf den... Das kann ich weisen. Ich bin schon wieder in der zweiten Runde ausgeschieden, Alter. Stopp. Wie der sich auch immer noch freut, dieser Blödmann. Das macht mich noch viel mehr aggressiv, dass der Typ sich dann auch noch freut. Ich erkenne nie, welche die kleinere ist. Ich glaube, in der Mitte. Passt auf, ich renne jetzt gegen eine falsche Tür. What the... Hier habe ich gesagt, in der Mitte. Ich kriege das nie hin. Aber da war jetzt Glück dabei, weil ich habe nie auf die Tür geachtet, wie groß die ist. Wolkenrennen, überwinde die futuristischen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Oh nö, oh ne, ne, oh ne. Oh ne, 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 ne. Autsch. Voll in die Fresse. Ey, ich raste hier gleich so aus, wirklich. Das ist so ein... Äh, ich sag mal... Hä? Du blöder... Junge, was ist das für ein Müll? Leck mich doch am Autschitz. Also wirklich, was ist das denn für eine... Wie in der Runde 2, Alter. Komme ich nochmal in die dritte Runde, verf***te Sch***. Schlag den Entwicklern so in die F***, wirklich. Also, boah, Junge. Was ein Dreck. Ich möchte es einmal schaffen. Ich möchte es wenigstens im Ansatz schaffen. Und wenn ich dann rausfliege, ist es egal. Wenigstens in die dritte Runde. Bitte. Road to dritte Runde. Gut, jetzt wieder Motivation. Und rein da. So, 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 so. Ey, 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 ey. Jetzt nicht frech werden hier. Mich hier wegrammen. Jawoll. So kann es weitergehen. Und dann fliege ich nächste Runde hier wieder raus. Aber ich werde mein Bestes geben. Es kann tatsächlich sein, dass ich jetzt in die dritte Runde komme. Ich möchte noch keine Zuhundtöne spucken. Aber in diesem Game bin ich gar nicht mal so beschissen. Rein da. Das schaffe ich. Ich sag's euch, Leute. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich echt... Also, dann zweifle ich echt an meinen Fallgeist-Fähigkeiten. Jawoll. Dritte Runde. Ich erreiche die dritte Runde. Das ist das Einzige, was ich wollte. Jetzt bin ich schon mal ein bisschen weiter. Sehr schön. Sprungclub. Das geht auch klar. Okay, diese Runde ist tatsächlich mal was Gutes. Oh, okay. Aber hier ist es schon ein bisschen schwieriger, weil hier sind Kanonen. Ah, okay. Ich seh schon. Also, je mehr Winz man holt, desto schwieriger wird es quasi. Okay, qualifiziert. Jetzt kommt die vorletzte Runde. Es lief schon mal schlechter in diesem Video für mich. Oh, ist irgendeiner gelieft? Jetzt sind wir noch 15. Oh, ne. Da war ich richtig schlecht. Ich bin überhaupt nicht vorwärts gekommen bei diesem Game. Das ist pures Glück, finde ich. Wenn man da nicht getroffen wird, dann ist man halt Erster. Also, das muss ich sagen, ist kein cooles Game. Aua. Aua. Aber man wird halt direkt wieder zurückgeschoben, ne. Jetzt hatte ich kein Glück, Alter. Woher kam das denn jetzt? Ey, er kriegt's nicht. Ich wäre Erster geworden wegen diesem Sch***. Kack. Baumteil da. Äh. Ich bin im Finale. Yeah. Ja, genau so ging es mir letztes Mal. Ich war ganz hinten dann zum Schluss noch. Ab ins Finale. Jetzt muss ein gutes Finale kommen. Oh. 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 Aber ich bin mit Hexa, diesem Teil da, diesen anderen Teil. Da bin ich echt nicht gut drin. Vielleicht bin ich hier schneller. Aber das hatte ich tatsächlich noch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt spiele. Von daher. Okay, das Rote ist das letzte quasi. Oh Gott. Okay, ich muss hier echt ans Springen denken. Okay. Da bin ich in irgendeine Lücke gefallen. Ich weiß nicht, wie ich die Kamera positionieren soll. Aber immerhin, ich bin ins Finale gekommen. Das ist doch schon mal was. Nächste Runde. Auf ins Finale. Der Kreisel. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich glaube, ich mache danach noch eine Folge. Und ich werde zwischen dieser Folge und der Nächste auf jeden Fall noch einiges üben. Damit ich wenigstens mal in einem Video die Krone hole. Damit ich wirklich mal einen Beweis habe. Aber ich zeige euch gleich im Hauptmenü, dass ich wirklich schon mal meine erste Krone bekommen habe. Das kann ich euch natürlich mal zeigen. Bevor irgendeiner sagt... Der weiß für mich nicht, weil du bist zu gefährlich. Einen Sch*** habe ich, ja. Au. Au. Oh mein Gott. Ja, ich bin weiter. Zweite Runde. Er hüpft da die ganze Zeit rum und kriegt es nicht hin. Hindernisrennen hatte ich, glaube ich, noch nicht. Ich sage ja, ich habe echt. Ich habe in diesem Video echt viele neue Games. Oh doch, das kenne ich. Doch, das kenne ich. Okay. Das sah auf dem Bild gerade so unbekannt aus. Aber jetzt, wo ich sehe... Okay. Ich habe es ja schon mehrfach gespielt. Doch, kein neues Game. Ich hatte es nur sehr selten. Ich liebe diese Vollgeist-Sounds. Dieses... Oh mein Gott, das Gedränge. Jawohl. Qualified. Och, nicht das schon wieder. Das ist so eine Glückssache bei mir, ob ich das schaffe oder nicht. Es sind aber auch Kanonen an der Seite. Die waren doch wohl noch nicht... Ich glaube, ich bin raus. Hä? Gerade waren auch noch nicht so viele... Gleich hast du dich aus. Warum sind jetzt auf einmal hier so viele größere Früchte da? Gerade waren auch noch so kleine. Das war wahrscheinlich auch gerade auch der Grund dafür, dass ich weitergekommen bin. Ich glaube, es wird eng mit dem weiterkommen. Vor allen Dingen, weil ich mich hier auf die Schnauze lege. Oh mein Gott, ich schaffe es. Ja, hatte ich kurz schwitzige Hände. Oh, das hatte ich noch nie als Finale. Oh, 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 oh. Da sind die Felder dann weg. Okay, okay. Und ein Lüfter noch dazu. Ja, als ob das nicht alles genug gewesen wäre. Das hatte ich noch nie als Finale. Hä? Da kann man ja nichts machen bei dem Lüfter. Was soll man denn bei dem Lüfter machen? Soll man da springen oder was? Was will der da von einem? Beenden. Einfach nur beenden. Ein Schmutz-Game ist das. Ein Schmutz. Er freut sich wieder. Ich bin einfach nur sauer. Werd ich hier sauer? Und damit ihr jetzt noch die Bestätigung habt, dass ich meine Krone habe, links oben, guckt da hin. Seht ihr die scheiß Krone? Und jetzt f***t euch. So, tschüss. Bis zum nächsten Mal.